Willkommen zu dieser Karte der Bibelbetrachtung. Ich lese Johannes, das erste Kapitel des Verschers 8. Er sagte, dass es von Gott geschickt hat Johannes. Diese Zeit begann das Licht zu reden und zu sagen, dass sie dadurch alle zum Glauben kommen sollen. Sie haben nicht das Licht geschickt, nur das Licht anzuweisen. Hier wird ein interessanter Steg, die sagt über Johannes. Das sagt die erste, dass er in den Mond. Das ist was anderes als das Wort von Jesus Christus sagt. Von dem sagt er, dass er in das Fleisch gekommen ist. Er wird Gott, er wird Gott und er wird in das Fleisch gekommen. Hier sagt er, er wird in den Mond. Er meinte, er wird auf einer täglichen Ort in der Geburt von einem Morgen früh. Er wird geschickt. Er wird geschickt von Gott, an zu einem Zeugnis aufzugeben. Das wird seine einzige Ursache, was er auf dieser Welt wird. am von das Licht der Zeugen. Wie weiter hat Johannes dort dann, was das so weit wird, und hier abtrittet dann auf Jesus an der Weise. Dort hat der Gläufe gesagt, dass wir nicht das Licht, dass wir nicht den Messias, aber dass wir dein Stamm, der von das Licht Zeugnis aufgeben soll. So, Johannes steht aus dem sehr starken Beispiel für jeden Gläubigen auf dieser Welt. Unsere Abgabe ist nicht ab Gemeindeshandelwiese, ab Organisationen, oder ab Menschen, sondern unser Abgabe ist ab Jesus Christushandelwiese. Leber Tohira, wer immer du bist, du bist für die Zeug, die du hier hast, oder aus dir verhebten Zeug bist, oder ihr Toch bist oder nicht, beeint mit jeder Mensch weiter. Du hast nicht Ratung, Brüder Jesus Christus. Auch wenn du in einer Gemeinde bist, der Jesus Christus bezahnt, dass ich nur seinem Wort reichte, denn für sie dort wird Jesus Christus gedauert. Du machst weitere Organisationen, dort wo du nicht gerade bloß eine Zeug zu sein, dort wo du nicht du anbringen willst, dort ist nicht der Licht. Wenn eine Zeug, oder eine Organisation, die sich christlich nahm, nicht mehr ab Jesus Christus anwiesst, dann ist er eben falsch. Lass dir das noch einmal sagen, Jesus Christus allein Rat, dort ist der Glaube und Amen. Ihr sagt das so klar, dass sie alle durch Amen zum Glaube kommen sollen. Zum Glaube und das Licht, wo Jesus Christus ist. Und das Glaube ist so einfach. Der ist das einfach annehmen, das einfach gelaufen, was in seinem Wort von ihm geschrieben steht, dort er gekommen ist, der Sünder tarade, in der Hand einfach den Leben nur am gereicht leben. Dort ist dort, aber auch sie, das ist so schwer für viele Menschen, die verviert sind, verviert sind, durch Türke, durch Organisationen oder niemals wirklich dort abhanden gewesen worden, dort sei verloren sind, wenn sie nicht Jesus Christus haben. Jesus Christus dahin meint Leben getan. Und wenn dort in deinem Leben noch nicht passiert ist, dann berg die dem und siehst du abgenäßvolle in Gott anrupe in Bede die den reichten Weich zu wiesen. Jesus Christus ist der reichte Weich der Seligkeit, der Glaube und Am. Und dann habe ich eine Abkauf. Wie ist Christus? Jeder einer, der am Abgenommen haftet, der Abkauf auch Zeugnis von Am zu geben, ab Am zu haben, zu wiesen. Und du wirst für euch die, wie es doch dein Leben auf Jesus haben. Aber Menschen nur die checken, woher sie dann seine kennen, dass du für Jesus lebst. Es ist das was du von dir ist, in was du oberst, in wo du lebst, ist das handwiesend auf Jesus Christus. Leber Thugira, mocht ans Leben so verändert worden durch Sine Gnode, Johannes in Nome, Mind Gottes Gnere, der Ruck wie auf Jesus Christus handwieser. Amen.